Flugplatz Brunitz, die Oskar Eko Delta Hotel Fox Oskar Eko Delta Hotel Fox, Brunitz von 0 Grad mit 0,12 Knoten, Start nach eigenen Ermessen Start nach eigenen Ermessen und wie gesagt, wir machen als erstes der Tatschik und dann weiter Flug Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Musik Musik Geico, Delta, hotel Fox is just departed in Bonitz, VFR inbound, Wolfsberg, monitor your frequency. Geico, Delta, hotel Fox, QNH, grad 1,024, confirm in 3,700 feet. 17240 QNH, and we are climbing to 6,500 feet. Geico, Delta, hotel Fox, QNH, grad 1,024, confirm in 3,700 feet. Geico, Delta, hotel Fox, QNH, is in Langenendern, Flug 219. 1,024, confirm in 3,700 feet. 1,024, confirm in 3,700 feet. 1,024, confirm in 3,700 feet. Flugplatz Wolfsberg, die Oscar ECO, Delta, hotel Fox, ja bitte rollen. Delta Hotel Fox, rollen Sie zum Rollhalt 1.9, melden Sie startbereit. Flugplatz Wolfsburg, die Oscar Eco Delta Hotel Fox ist startbereit. Oscar Hotel Fox, Start, eigenes Ermessen, Betriebsliste 1.9. Danke, bis gleich. Start nach eigenen, Oscar Eco Delta Hotel Fox. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020